Mein Name ist Friedrich Lehmann, ich bin Versicherungsmakler, bin seit 1990 hier in Magdeburg tätig. Die Magdeburger haben uns sehr gut angenommen, meine Person, unsere Büro. Wenn man mit den Leuten ordentlich umgeht, gehen die Leute auch mit einem ordentlich um, auch gerade in unserem defizienten Versicherungsbereich. Ich habe 1998 bis 2001 mein Versicherungsfachstudium bei der HAK Magdeburg absolviert und muss nach 20 Jahren sagen, dass Magdeburg ein sehr, sehr guter Standort ist. Man kann von hier aus direkt nach Berlin, man kann nach Hamburg sehr schnell. So ist der Knotenpunkt Magdeburg für uns, sei es jetzt für betriebliche Schulungen etc. ein sehr, sehr, sehr guter Standort. Hat uns letztendlich auch zu der Entscheidung bewogen, dass wir unsere Pendants hier direkt in Magdeburg an der Elbe platzieren und sehen das als sehr gutes Invest an. Bis zum nächsten Mal.